Herzlich Willkommen zu Grotenburg TV nach dem Spiel KFC gegen Turo Düsseldorf. Glatter Sieg. Besser geht es eigentlich nicht heute, oder? Ich glaube nicht. Es war ein perfekter Tag für uns. Wir haben von Anfang an gewusst, was das Spiel bedeutet und wir wollten unbedingt die drei Punkte. Dass das jetzt so ausgegangen ist, ist natürlich überragend. Jetzt haben wir, glaube ich, acht Punkte Vorsprung. Ist das schon eine Vorentscheidung? Die Saison ist noch lang. Man soll jetzt nicht irgendwie von der Vorentscheidung reden. Wir wissen, dass wir die nächsten Spiele auch wieder punkten müssen, weil sonst wäre der Sieg jetzt heute wieder umsonst gewesen. Wir werden beide unsere Linie durchziehen, damit wir auch einen größeren Abstand bis zur Winterpause haben. Alles klar. Dankeschön.